Willkommen zu GamerU Pet Rescue Saga Tipps & Tricks Level 207. Um Level 207 zu gewinnen, müssen Sie 4 Tiere retten und 14.000 Punkte innerhalb von 27 Zügen erreichen. In diesem Level werden viele Farbpinsel auf dem Brett erscheinen. Verwenden Sie sie daher so schnell wie möglich. Andernfalls werden Sie Ihre Züge blockieren und das Brett schnell befüllen. Hier sind 3 Tipps um Ihnen zu helfen Level 207 zu gewinnen. 1. Fokussieren Sie sich anfangs darauf, Blöcke in den Spalten zu entfernen, die eine Menge Blöcke beinhalten, die in einem Zug entfernt werden können. Dadurch wird der Farbpinsel in niedrigere Reihen fallen, damit Sie diese benutzen können, um Blöcke zu bemalen, die weiter unten liegen. 2. Zerbrechen Sie zweilagige Gitter unter den Tieren. Versuchen Sie die Tiere so zu positionieren, dass sie einen Block entfernt oder direkt über der Bombe sitzen. Entfernen Sie Blöcke, um die Bombe oben auf die Metallbox zu setzen. Aktivieren Sie nun die Bomben, um Tiere zu Reihe 8 zu bringen. 3. Verwenden Sie Farbpinsel, um Blöcke am Boden zu bemalen, damit Sie mehrere Tiere in einem Zug retten können. Das war's und viel Glück! 2. Verwenden Sie Spalten 3. Verwenden Sie Spalten